Richard Spitzer, der mich in den vergangenen zwei Wochen vertreten hat. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Die heutige Sendung trägt die Nummer 122 und wurde am 6. August 2017 veröffentlicht. In Hamburg haben zwei Abiturienten ein interessantes Experiment gewagt. Sie wollten einen Wetterballon bis zur Grenze des Weltraumes aufsteigen lassen. Die Funkamateure haben sie hierbei mit Rat und Tat unterstützt, das ist auch gelingt, mehr davon in Kürze. Unser erster Musiktitel ist zu Anfang ein spezieller Gruß an die Mitglieder des DARC-Ortsverbandes München-Süd. Diese veranstalten heute einen Field Day für Antennenmessungen in Peretzhofen, etwa 30 Kilometer südlich von München. Na dann hoffen wir mal, dass eure Funksignale bis nach Hawaii vordringen. Musikalisch tun sie das in jedem Fall. Arrival war 1976 das erste Studioalbum der Großen Vier aus Schweden. ABBA. Darauf findet man so bekannte Songs wie Money, 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 Dancing Queen und Knowing Me, Knowing You. Nur als Bonustitel auf einer seltenen Deluxe-Edition des Albums findet man eine der am wenigsten bekannten Produktionen der skandinavischen Pop-Titanen. Und die haben wir in Bernys riesigem Oli-Archiv in Hamburg aufgestöbert. Hier ist was zum Träumen. Wir sind ABBA und Happy Hawaii! Musik 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 Musik